Moin Leute, hier ist wieder euer Robin für euch. Heute ist Freitag, gleich geht es ins Wochenende für euch. Ich war ja die ganze Woche krank, daher habe ich quasi schon Wochenende. Ja, ich habe heute zwei Themen an euch. Ich habe zwar gestern im Video schon gesagt, dass ich mich bei euch bedanke für 700 Abonnenten, aber jetzt haben wir die 700 Abonnenten auch virtuell geschafft. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für die ganz tollen Abos, die ganz tollen Kommentare und alles was in einer tollen Community passiert. Ohne euch würde es nicht gehen. Ja, zu meinem zweiten Thema. Im Moment geht auf YouTube ein Thema rum. Sind YouTuber Stars oder keine Stars? Ich würde sagen, YouTuber sind keine Stars. Sie machen zwar Videos, aber sie machen Videos, damit durch ihren Charakter Abonnenten, also Zuschauer ihre Videos schauen. Nehmen wir jetzt mal Leonardo DiCaprio. Der macht große Videos und da geht es eigentlich um den Film. Es geht nicht um ihn. Dadurch wird er zum Star, weil er Alleinstellungsmerkmale hat. Ja, deswegen denke ich, dass YouTuber keine Stars sind. Was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare unter Hashtag sind YouTuber Stars oder nicht? Ja, was gibt es da noch großartig zu sagen? Ich bezeichne mich selber auch als YouTuber, aber ich bin kein Star, nur weil ich Videos hochlade. Das müsst ihr verstehen. Zum Beispiel so ein Gronkh sieht sich wahrscheinlich auch nicht als Star, auch wenn er drei bis vier Millionen Abonnenten hat und auf großen Bühnen stehen kann. Nehmen wir noch mal hier Leonardo DiCaprio. Der geht auf große rote Teppiche, macht Gronkh zwar auch, aber die Aufmerksamkeit ist bei Leonardo DiCaprio einfach höher als bei Gronkh. Deswegen sage ich einfach so, YouTuber keine Stars. Leonardo DiCaprio ist ein Star. Ja. Möchtet ihr mehr von meinen Videos auf meinem Kanal sehen, lasst ein Abo da. Ich mache immer tolle Videos. Schaut mal auch in meinen Playlists rein. Kirmes, Schützenfest, Tänze, Kaffa. Auch unser Hochwasser in Ramsdorf ist natürlich dabei. Hat sehr viel Vernichtung angerichtet und 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 und. Daher... Tschau mit V. Euer Robin.